Wir befinden uns hier in der Werkmontage und sind aktuell an der Montage des Stützenseilschuhes Nr. 1 für das Projekt Schildhorn. Der Seilschuh für das Projekt Schildhorn hat speziell daran, dass wir eine Zentralschmierung montieren. Das hat den Vorteil, dass man die Schmierung des Messingprofils nicht auf der Stütze vornehmen muss, sondern dass das automatisch ausgeführt wird. Die grösste Herausforderung an diesem Projekt ist einfach der Umfang des ganzen Projekts. Die Komplexität, das heisst wir haben 5 Bahnen, die wir gleichzeitig bauen, 4 Stationen, die extrem komplex sind. Dass das alles am Schluss ineinander passt, das ist die grosse Herausforderung. Im Vorfeld haben wir die Stützenfüsse und alle Stützenteile hier geschweisst. Die Schweissnähte haben wir einen grossen Teil auf Triss und innere Fehler überprüft. Und somit können wir sicher eine einwandfreie Qualität sicherstellen. Dass die Produktion und das Engineering mehr oder weniger am gleichen Ort sind, respektive uns trennen zwei Stockwerke. Und das sind kurze Wege und schlussamente kurze Entscheidungszeiten, wo uns natürlich entgegenkommen bei Projekten, die auch zeitkritisch sind. Was es ausmacht, dass wir das können, ist unsere Erfahrung. Wir durften schon ein komplexes Projekt abwickeln und darum sind wir bestens vorbereitet für das. Aber es ist und bleibt der Challenge. Das ist das die Frage. Asens an, was die Richtung des Big-Innen? Nós überprüftet uns das Team.